Ich, Johanna Gerber, mache die Klatschkolumne. Für diesen Job hänge ich ständig am Handy. Denn hier trudelt er ein, der heiße Stoff, exklusive Backstage-Reporte, Pommigespräche und spannende Beobachtungen aus den geschlossenen Gesellschaften der VIPs. Kiel, meine Heimatstadt. Der schönste Ort der Welt, besonders jetzt, zur Kieler Woche, den größten Sommerfest im Norden Europas, 3Mio. Sucher. Erfahren Sie heute unter anderem mit Bild+. Was es dort zu sehen gibt und worin Frank-Walter Steinmeier ein verstecktes Talent hat.